Ja, happy birthday Rebel Radio, ja happy birthday Rebel Radio, das ist die Rebel Radio Geburtstagsparty. 20 Jahre gibt es Rebel Radio, das ist der New Reggae Degeneration und hier spielen heute live im Flex in Wien Lions Dance, Soldier Sound, Jabbao Movement, Old Dog Crew und Vitamin Sound. Ja, und die Party läuft super und wir gehen jetzt gleich wieder rein. Rebel Radio ist ein Movement, ein Entertainment, ein Uplifting. Rebel Radio ist für die Nation Elevation und Rebel Radio ist für die Leute und wird mit Herz gemacht und mit Liebe und Rebel Radio ist dafür da, für Freiheit und für Dancehall, Reggae-Music und deshalb zelebrieren wir heute. Big up all the crews, like Vitaminsound, Cati Mello, Vitaminski, big, 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 all of us together. Ich bin mitunter durch den Mikey Kodak erst zu der Raga-Dancehall-Geschichte gekommen eben, durch seine alten Tri-Vibes-Sessions. Dancehall lebt von kollektiven Momenten und heute glaube ich, war da unten, waren genügend kollektive Momente, dass sich die Leute oder mindestens einige hundert für die zwei, drei Stunden als eine Massive, als eine organische Einheit verstanden haben. Hei, gwe ganja, hei gwe ganja, Vitaminsound, Anwili, blamma, hei gwe ganja, Banner, feier, panne, bladier, Alter, geh doch! Geh mal nach Kontext, Spagabin! 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 Schüsse, ziehste das, Alter. Keine Zigarette hier drin und ich scheiß auf die Erhöhung eurer Tabaksteuer, weil ich rauch nur ein pures Weeds. Never ever gonna stray, cause King Selassie, you know, him keep him on the righteous way. So be sure that to the jungle, without fear, you know, so my God, he'd always been here. Guy, Mr. Selassie, protect me from all the evil and try for cursed eye and eye. Selassie! Korak ist irgendwie, Korak ist meine Inspiration. Also vor zehn Jahren, elf Jahren, habe ich irgendwie schon auf diese zehn Minuten gewartet, wo Korak in der Musicbox die neuesten Tonsäge gespielt hat, also Respekt vor Korak. Ich habe früher nur Hip-Hop gehört, also ich war, ich bin auch jetzt noch im Hip-Hop. Ich mach, ich bin halt praktisch auf beiden Schienen, ich bin Raga und auf Hip-Hop. Naja, ohne Raga kein Hip-Hop, oder? Richtig, genau, sicher. Raga ist, kurz definiert für mich, die Mischung zwischen Reggae und Rap, also Hip-Hop, also zwischen Gesprochenes und Gesungenes. Das ist Raga. Raga, also unter anderem. So, are you here? We're locked up to the board. You can do some education. 20 years, sir. All I'm friends, then. Stop, stop, stop. Get up, get up. Right. Let's make me touch your one, let's just make me touch your all of us. I don't go up my ways, you're loving me, I got praise. I'll be here, no Corona, we sing out the day. You look me również. Ich freue mich auf Part 2 von diesem Fest und Part 3 und Part 4, weil es ist das ganze Jahr Rebel Radio 20-Year-Celebration. Again and again, es geht immer weiter und es wird immer größer.